Jetzt, erzähl mir, was du wirklich willst. Komm her, Mann! Auch wenn die meisten davon wahrscheinlich zu schnell sind, um sie zu hören. Nummer 10 Yellow Wolf Er hat schnelle Rap-Fähigkeiten und die Stimme eines Engels. Dieser in Gatston, Alabama geborene Musiker bringt den südlichen Dixie-Sound zu seiner Rap-Musik. Er hat sowohl mit populären Rockern als auch mit Rappern zusammengearbeitet. Und 2011 bei Eminem's Shady Records einen Vertrag unterschrieben. Yellow Wolfs schnelle Rap-Geschwindigkeit hat ihm den Chopper-Status verliehen. Ein Rap-Stil, der einen sehr schnellen Flow hat. Er hat zu Songs mit einigen der schnellsten Rapper beigetragen. In Tech Nights Worldwide Choppers beträgt die Rap-Geschwindigkeit von Yellow Wolfs durchschnittlich 6,87 Silben pro Sekunde. Seine schnellen Raps mit klaren Texten werden auch mit gefühlvollen Melodien gemischt. Was dazu beiträgt, den Sound von Yellow Wolf hervorzuheben. Ich kann das, wenn ich das mache, bis es ist vorbei. Auf der Marken. Du bist bereit. Nummer 9 Twisted Insane Wenn du versuchst, bei diesem Chopper mitzurappen, könnte dein Gehirn implodieren. Ursprünglich aus San Diego, Californien ist Twisted Insane einer der schnellsten Rapper überhaupt. Welcome to the Chop Shop. In the Chop Shop lässt der andere schnelle Rapper im Vergleich alt aussehen. Ebenfalls ist es fast unmöglich mit seinem Verse and Visions Schritt zu halten. I can feel it getting colder, I can feel him on my shoulder coming over it till walking to the dark room. Und in Tech Nights Worldwide Choppers rappt er praktisch den Wortschatz eines ganzen Songs in 15 Sekunden. You can feel me, you can feel me. You can get up in your brain and bring a pain in your head when I kill. Trotz Twisteds halszerbrecher Geschwindigkeit kann man ihn immer noch verstehen. Zum größten Teil. Was ihn zu einem erstklassigen Chopper macht. You can sniff it, you can shit. I got a million different words for you to take a **** hit, pick your voice. Where do you take us home? I'm a phenomenon. And they gotta break pain in the octagon, when I wanna speak. Dieser Typ lässt andere Rapper so schnell aussehen wie ein Einwahlanschluss. Watsky, ein Schriftsteller, Dichter und Hip Hop Künstler aus San Francisco, Kalifornien, sorgte für Furore, nachdem er seine schnellen Rap-Fähigkeiten online zeigte, als er sein Video Pale Kid Raps Fast veröffentlichte. Gotta be the one, the one that I'm a sinner, but I bet I could have been a better man. I wanna be Sam, but I got some medicine instead of meditator, but I get it. Watsky begann als Slam Poet in der Schule und verwandelte seine poetischen Fähigkeiten schließlich in musikalische Meisterwerke. Seitdem hat er beliebte alternative Hip Hop Songs veröffentlicht, die sehr schnelles Rappen und Millionen von Views of YouTube haben. Wie vielen Rappern hilft ihm sein Gespür für Poesie, ein talentierter Lyriker zu werden. Und obwohl er schnell ist, ist er auch artikuliert. Cupid hit me with this burning arrow, he lit the lava in my churning marrow, so when I'm tested I remember I've been blessed with that tender ember resting left of center in my chest. Nr. 7 R.A. The Rugged Man Das Sprichwort besagt, dass man 10.000 Stunden braucht, um ein Talent zu meistern. Der gebürtige New Yorker aus Suffer Country begann im Alter von 12 Jahren mit dem Rappen. Sein früher Start half ihm, seine bemerkenswerten, schnellen Rap-Geschwindigkeiten zu erlernen. R.A. Steel beinhaltet Alliteration und Double Time Flow, was bedeutet, dass er doppelt so schnell rappt wie der Beat des Songs. R.A. Steel make that girl make a dollar, take a comparison to Eric, I'm back, check a bitch out! In dem Song Hallelujah zeigt er sein Können mit anderen Shoppers, wie Tech Nine und Chris Calico. Er hat auch Lungen aus Stahl und ist in der Lage, über lange Zeiträume hinweg konstant zu rappen. R.A. Steel ain't no real war, Vietnam shit. World War 2, that's a war, this is just a military con. Er begeisterte die Fans mit seinem Non-Stop-Verse in Uncommon Valor, einem Song, den er mit dem Hip-Hop-Duo Jedi Mind Tricks schrieb. But I still try to think positive, cause in life God take, God give. Take, God give! Watch him, learn the code, if their eyes are closed, that means he sleeping on his feet. Nummer 6, David Diggs. And if he flashed in gold, he either knew or want action and got back up on the toes, study all of your fractions, get up on the ground. Wie gewinnt ein Underground-Rapper aus Oakland, Kalifornien, einen Tony? Der Schauspieler, Rapper und Sänger der experimentellen Hip-Hop-Gruppe Clipping zerhackte die Bühne am Broadway. In seiner Doppelrolle in Hamilton begeisterte Diggs das Publikum mit seiner Performance in dem Song ganz in Chips und rappte in drei Sekunden rekordverdächtige 19 Worte. Weg vom Broadway werden Davids Raps noch intensiver und zum Nachdenken anregender, indem sie sowohl gesprochenes Wort als auch Rap auf einer Basis experimenteller und industrieller Produktion kombinieren. ...dass all die Kogler durch Ventilation ist. Der Schiff ist vollständig um das zu automatisieren, aber es braucht einen Verkaufsmodus von der Administration. Nummer 5, Bonefucks in Harmony. ...on the ground, got to get my door, my crime, ...with something in here, ...stake in my ears, put my circle down, no... ...schnelle Raps mit sanften Melodien kombiniert, ...bieten euch einen unvergleichlichen Stil. Diese einflussreiche Hip-Hop-Gruppe aus Cleveland, Ohio begann, als sie noch Teenager waren, die in einem Keller hingen. Als sich ihre Gruppe entwickelte, erwarben sie Anerkennung als Teil der ursprünglichen Midwest-Choppers und wurden schließlich rund um den Globus bekannt. ...schliesslich rund um den Globus bekannt. Alle Original-Bones haben schnelle Verses in verschiedenen Songs, darunter Thuggish-Ruggish-Bones. ...draming in my deck and drank it through, ...thinking about that hanging, clapping my back, it doesn't matter. East 1999 und First of the Month. ...first of the 50, fucking more 50, ...but I gotta say, gotta come up, put it all in the cup, wanna get blown? Diese originalen Shopper haben den Hip-Hop sicherlich nachhaltig geprägt. ...in life with the bonkers, poetic hustlers in the graveyard ship, on the first. Wake up, wake up, wake up, wake up, wake up. ...when the insane man spoken. I like fire on my skin, blood on my drawers, from up on the walls, I'm suffering, I'm stuck. ...Nummer 4, Tech-Nine. ...huffing, puffing, hollering in my car, got the words I like, really hot, callin' ...when I run around... ...benannt nach einer halbautomatischen Waffe, ...werden die druckvollen Schnellfeuer-Verse dieses Rappers seinen Titel wirklich gerecht. Tech begann schon in jungen Jahren mit dem Rappen ...und meisterte seinen schnellen Rap-Stil mit akuter Beschleunigung und Alliteration. Let it in, I'm the medicine, get it wetter than ever been, never better than a veteran level, ...de it in the bed again, rockin' red, I've been in my letter... ...Ursprünglich aus Kansas City, Missouri brachte dieser Mid-West-Chopper den Stil auf ein ganz neues Niveau ...und arbeitete mit Rappern aus der ganzen Welt zusammen, um ihm seinen Song Worldwide Choppers zu präsentieren. ...They can never manage, we do damage with no apology, pick em' off the panic, a little manic... ...Tech-Nine rappt konsequent blitzschnell, oder zumindest mit Schallgeschwindigkeit. So macht er seinen Namen zum Synonym für Choppers Rap. ...everything we like a bullet from a gun, no better yet the speed of sound. ...give it away now, just give it away. ...Nummer 3, Buster Rhymes. Tell me what you really want to do, come here, man. Tell me what you want to do that, tell me what you want to do that, one time when I lock it down and hit you. ...keine Niete, was Speed angeht und kann eine durchschnittliche Geschwindigkeit von 143 Wörtern pro Minute erreichen. Sein beliebtester und einflussreichster schneller Verse ist in seinem Lied Break Your Neck. ...when you keep on alone and just bang this sh** in the truck while you break your neck, motherfucker, gotta fake on my flow. ...die von anderen Rappern online imitiert wurde. Chris Brown's Look at Me Now zeigt auch Buster, wie er mit atemberaubender Geschwindigkeit rappt. ...she didn't really really want to pop me, just know that you would never flop me. ...and I know that I could be a little cocky, you ain't never gonna stop me. ...I was thinking the same thing, so come get on this kick's rock, bop with the bar, dang dang. ...bop, tab, 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 tab. ...Nummer 2, Eminem. ...catch your girls, wanna pop, pop, bam, bam, bam. ...slaught me down, throwin' it down, to the town, to the town, dow'n down, now don't pow. ...ie deezer Rap-God verdiente sich seinen Titel. Das lyrische Genie aus Detroit, Michigan hat mit seinem Rap-Stil und seinen Fähigkeiten eine ganze Generation umgehauen. Mit seiner Musik schaffte er es sogar einen Weltrekord zu brechen. Lyrics coming at you with supersonic speed, jjfad. ...ah, Summer, lma, dumma, lma, you assuming I'm a human, what I gotta do to get it through to you, I'm superhuman. ...Eminems Song Rap-God machte 2015 die Guinness World Records für die meisten Wörter in einer Hit-Single. Der Song beinhaltete 1560 Wörter in sechs Minuten und drei Sekunden. Er hat auch seine eigene Art von Chopper-Rap auf dem Tag 9 Song Speedim gezeigt. Obwohl er schnell ist, sind seine Texte immer noch schlüssig genug, um eure Eltern zu beleidigen. So eine Katastrophe, um dich zu sehen, so verdammt viel von meinem Arsch, du hast für mich. Wir sind so, dass ich nicht richtig bin, keine Ahnung, wie wir ihn richtig sind. Der ursprüngliche Zungenbrecher Chopper-Rap könnte ohne ihn nicht das sein, was er heute ist. Dieser Rapper aus Chicago spielte eine große Rolle bei der Entstehung des Midwest Chopper-Raps. Sein schneller Rap-Stil brachte ihn 1992 ins Guinness-Buch der Rekorde für den schnellsten Rapper der Geschichte. Dort wurde er dafür anerkannt, dass er 598 Silben in 55 Sekunden rappen konnte. Seine Debutsingle Mr. Tongue-Twister erreicht Geschwindigkeiten, die die meisten Rapper in ihrer gesamten Karriere nicht erreichen können. Und er hat bislang nicht nachgelassen. Mit Songs wie Heartbeat und Talk To Me, die Vollgas geben. Ich gehe in den Club und fühle mich so gut. Shit, ich gehe richtig für den Club. Twisters Reime werden deinen Kopf drehen lassen. Stop, Stephanie, ist der Mr. Tongue-Twister. Stimmst du unserer Auswahl zu? Seh dir auch diese anderen Videos von WatchMojo Deutschland an. Abonnier den Kanal und klick auf die Glocke, um bei neuen Videos benachrichtigt zu werden.